es kann weitergehen so ein geiles game wir müssen den bereich da unten noch säubern wir brauchen dafür das feuerbecken oben vom ball ich gebe dir mit diesem hier deckung gut ich komme runter okay super das haben wir letztes mal schon fast gelöst genau jetzt gehen wir hier erst mal runter nicht nur ein beschissener alter hebel meli du findest immer die richtigen worte was alles gut das hier ist euer chatteau ihr habt eine verbindung dazu unser schloss stell dir mal vor wir könnten hier alle zusammen leben mir liegen gewölbe irgendwie näher weißt du so denn reinigen war den bereich hier noch mal wenn das hier so richtig ist dass die frage gehen wir mal hier weiter hier ist noch eine truhe super natürlich alles mit was wir finden können steine haben wir schon da stand doch leertaste mal kurz und wird das denn jetzt immer angezeigt die fressen mich schon auf das finde ich ja merkwürdig wir müssen den bereich da unten noch säubern wir brauchen dafür das feuerbecken oben vom ball ich gebe dir mit diesem hier deckung gut ich komme runter so dann gehen wir mal nach hinten und schauen mal gucken ob das so richtig ist und dann und dann und dann und 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 ich glaube auch er dass ich hier runter muss ich muss hier runter und da muss ich da hoch dann muss ich den bereich hier säubern glaube ich wir sind steine hier ging es doch ein ich nehme ich hier lang auch von da sind wir gekommen so und dann klettern wir hier runter klettern hier aber wieder hoch weil wir da hinten herunter müssen was ich nicht verstehe warum was war das nicht nur ein geschissen alter hebel meli du findest immer die richtigen worte was alles gut das hier ist euer chateau ihr habt eine verbindung dazu unser schloss stell dir mal vor wir könnten hier alle zusammen leben wir liegen gewölbe irgendwie mehr weißt du wie soll ich da nur hochkommen aber die verfluchten ratten sind überall ja ok jetzt haben wir glaube ich die lösung hier geht es jetzt hoch und dann schieben wir den feuerkegel zur seite vorher sammeln wir hier noch was schönes ein genau und dann müsste es passen das sieht doch gut aus ich habe da letzt mal gar nicht drauf geachtet glaube ich hier drüben ist das chaos ausgebrochen ich brauche dich hier bin unterwegs gut dann also noch mal so erobert man ein schloss so wird man krank nein meine geschichte endet anders super hier wieder hoch so und jetzt ist die frage was jetzt passieren muss hier das ist aber richtig so also sie hat gesagt sie braucht mich da drüben das heißt ein gerät ist noch nicht richtig eingestellt so das schieben wir jetzt mal nach drüben funktioniert nicht das ist ja merkwürdig das ist ja merkwürdig so das steht auf jeden fall richtig b so so Untertitelung des ZDF, 2020 Los, komm schon! Scheiß, wir haben es fast geschafft! Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Hype! Hör auf damit! Komm schon, hier gibt es sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich! Amicia, so einfach ist das nicht! Du kennst mich doch gar nicht! Na gut, ich verstehe! Jetzt, jetzt, jetzt! Lass die Drachen frei! Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher! Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Mellie der Furie! Was? Mellie die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht! Ah, jetzt haben wir es super! Genau, verpisst euch ihr was! Ihr Schaf, wir haben sie zurückgedrängt! Die Burg hat uns das Leben gerettet! Ja, Laurentius hatte recht! Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern? Ja? Gerne! Auf zum Turm! Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf! Es ist riesig! Morgen, bitte! So ein Lagerfeuer sieht aber auch gemütlich aus! Das ist jetzt unser Zuhause! Ja, komm, mal so einfach! Oh, Kapitel ist zu Ende! Unser Zuhause! Das Yaume ist jetzt so! K Fall hier, mal so ist es genderantisch! Also, das tut mir war sehr gut! Und jetzt immer noch ein Little bit D Def.? Und dann... Und dann wieder.